35 Jahre, 35 Jahre LR. Wir haben echt eine Geschichte geschrieben und ihr merkt auch jetzt, wir sind wie der Fels in der Brandung. Wir stehen hier und wir stehen stabil. Wir stehen hier und wir stehen sehr wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020